Herzlich Willkommen bei Gegenkriebe Theater. Heute mit einem Video mit mir, Hendrik und Jordan. Ja, wo ist denn? Wir sind heute mal ein bisschen am Wille fahren. Ich fahre gerade einen schönen Gehtag. Schönen Morgen Abend. Ich fahre einen TGS mit Zubringer. 22 Kubik hinten dran. Schön mit dem LKB und dann läuft das hier. Wie lange muss ich jetzt noch warten? Ja, ich bin hier gerade am vollmachen. Es dauert ein bisschen. Ich habe jetzt auch einen LKB genommen, weil der wird etwas schneller. Ja. Ich fahre aber hier an der Straße her. Da fällt mir ein bisschen zu eng mit dem LKB. Ich fahre dann hier unten her. Die Straße muss natürlich weiter nicht duckeln. Das ist dann echt schon ein bisschen eng mit dem LKB. Der wird doch oben gelassen. Ja, ich weiß. Also... Wie für drei? Ja, das ist mir bewusst. Aber das ist halt zu eng mit dem LKB. Wenn wir beim Prüster gewöhnt herfahren, das ist... Ja, ich bin hier schon voll am Ballern. Ja, das ist gefühlt. Ja, das ist die 1. Nee, ich dachte auf der 1 ist schon wieder drauf gewesen. Ja, doch auf der 1 möchte ich nochmal fahren. Da ist schon wieder drauf. Ey, ich muss... Ey, John, das ist voll mega... Fuck, fuck, Alter. Ich muss auf dem Vorgang nur noch unten und meine Bahn ist fast fertig. Oh, scheiße. Ich habe auf der 30. Es kommt noch kurz. Ich kann hier eigentlich nur noch mal in der 30. Wir haben in der 30. Da bin ich gleich mit einer ran. Katia, das kann ich auch nicht gut sein. Das ist bei der 30. Ich knall hier durch den Ort mit 800, weil man es gerade gemerkt hat. Ja. Gebe ich den gleich noch einmal zurück und fahr damit auf 22 Uhr zurück. Geht sogar 10? 10 Uhr. 6 Uhr von Raad zum Götter 07. Ab 2. Ab 3. Ab 3. Ab 3. Ab 4. Ab 3. Ab 4. Ab . Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020